Also, wie lautet der Plan, Austin? Dieser Karte zufolge wimmelt es auf der ganzen Insel von Dr. Evels Wächtern. Ich würde gerne nachsehen, ob die Sprengsätze feucht geworden sind, aber ich kann sie nicht finden. Vielleicht weiter hinten. Okay, dann wühle ich mal ein bisschen tiefer. Mann, das ist ja wirklich voll hier. Wühl ruhig tiefer rein, Liebling. Dann tatsche ich mich mal durch alles durch. Mein Gott, Austin, was hiebst du denn da drin alles auf? Das ist ja ziemlich alles, was mich anmacht, verstehst du? Kannst dir mal kräftig ziehen. Meinst du, wir brauchen hier sowas? Würdest du den bitte nicht drinnen aufmachen, vielen Dank. Entschuldige. Okay. Großer Gott. Hoppla, einfach losgegangen. Ja, sowas passiert von Zeit zu Zeit. Donnerwetter. Ja, ziemlich eklig. Tja, tut mir wirklich leid. Oh, stinkt ganz schön. Diese beiden da machen mich wirklich krank. Kannst du mir einen Bier aufmachen? Ah, was ist denn? Eine Springmaus. Wie kommt die denn da rein? Ich, ich hab keine Ahnung.